Montage erforderlich! Start Episode 2! Die Superhelden des Wahnsinns! Oh yeah! Damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder... Oh mein Gott, oh mein Gott! ...dark-rivales... ...when the world is in danger, fate calls on the ordinary... ...to do extra-ordinary deeds... ...and go on journeys they had only dreamed of... Our heroes, thrown together by fate... ...must now seek help from a legendary artisan of chaos... ...but the question remains... ...will it be enough to save the world? Wird es reichen, um die Welt zu retten? Oh, das fragen wir uns alle und jetzt geht's auch schon los... ...gleich nachdem ich den Sound hier ein bisschen leiser gestellt hab... ...denn, für mich ist das hier etwas ein bisschen laut... ...deswegen gehen wir einfach mal von hier auf, von sieben auf, 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 auf sechs... ...ne, sechs geht, glaub ich, klar... ...Helligkeit schrauben wir noch ein bisschen hoch auf die Acht... ...und dann unter den Titelanzeigen haben wir alles... ...vorheriges Menü, vorheriges Menü... ...anwenden und los! ...easy-peasy, lemon-squeezy! Mit wem fahren wir da eigentlich? Wir fahren... ...ah, stimmt, mit dem fahren wir! Natürlich macht mir das Spaß! Halt die Augen nach Monster noch... ...und konzentrier dich halt genau so! Oh yeah! Ja! Sag mal, wieso hat echt... ...wieso hat Gustav kein Pfeilchen mehr? Oh Gott, oh Gott, da ist ein Gas! Wow! Ah, warte! Ah, weg hier! Oh Gott, oh Gott! Was tun wir jetzt? Ja man, mach irgendwas! Äh, ja, du musst irgendwie kämpfen oder so... ...hol' ein Schwert raus oder... ...ich weiß es nicht, oder... ...ä, ach so, lol! Drücke Rechtsklick, um die Waffe zu wechseln! Bogen oder Schwert? Wir nehmen den Bogen anscheinend... ...okidoki, Ackischoki! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Bitte, Mist! Okay, ausweichen! Okay, alles hinbekommen! Okay, jetzt, äh, am besten... ...einen geraden Schuss oder sowas in der Art... ...irgendwie einen gezielten Schuss... ...oder, kann ich jetzt auch zielen oder sowas in der Art? Äh, ich würde gerne den Bogen nehmen... ...und, äh, einmal... ...den hier! Bam! Und dann komm schon, schieß doch! Easy peasy! Und dann kriegst du nochmal einen Ball zurück! Boom! Ah, yeah, Mann! Voll der Headshot! Getroffen, Mama! Los, komm mit, Gustav! Wieso hast du eigentlich kein Pfeilchen mehr? Du hattest doch letztens noch ein Pfeilchen! Alter, Vater, wie schnell die Augen inzwischen heilen, ist echt unglaublich! Ui! Ja, auf geht's! Klingt auf jeden Fall wieder... Boomtown? Boomtown? Ja! Boomtown! Leute, Boomtown! Cool! Ich wollte schon immer mal nach Boomtown! Boah, geil! Das ist es! Oh, Rinder! Das sind mega cool! Oh, Rinder! Ich, äh... Ich, äh, think I'm gonna hold off on the whole going first thing for a while, Jesse! Oh! How about you take this one? Okay, das heißt, wir gehen als Erste dieses Mal, oder schicken wir ihn wieder vor? Ich weiß es nicht... Ah, ne, wir gehen als Erste, so wie es aussieht. Oh Gott, oh Gott! Boomtown! Ja, ich freu' mich! Das wird cool dort! What the fish! Alter Vater, sieht leicht kaputt aus hier! Alter Vater! Wow! Alter Vater! Perfekter Ort für ein Never Portal! Minecraft Story Mode! Das ist natürlich super cool! Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit... Just be careful, okay? One wrong step! Eine Telltales-Geschichte von Eric Starb und Steven McManus. Okidoki! Okidoki! Das heißt, wir sind jetzt gerade eben in Boomtown unterwegs und schauen, was sich hier so ergibt! Oh nein! Der Trapwire! Von Reggie, Jason, irgendwas! Künstlerische Leitung, Mark Hamer und noch jemand! Um... äh, was? Das konnte ich gerade nicht lesen! Animation von Jeff, irgendwas! Und dann noch Matthew irgendwie... Oh Gott! Da ist ein TT-Verrückter! Programmierung von Andrew Longley! Und noch jemand! Und jetzt ausweichen! Original-Soundtrack von Animal the Altimer and Whales! Irgendwas! Woah! You see that? Alter Vater! Hier sind voll die Psychopathen! Los, Gustav! Wir zeigen's ihnen! Okidoki! Okidoki! Das heißt, wir müssen uns hier wahrscheinlich jetzt durchbewegen und schauen, wie wir die Sache hier überleben, ne? Wir haben auf jeden Fall hier unsere Waffenauswahl, die wir aber... Griefer! Ah, lol! Sag mal was... Lass mal zu den Griefern was sagen! Zum Krater? Ne, erstmal zu den Griefern! Sag mal was zu den Griefern! Alter Vater! Loll! Hier sind die übelsten Griefer am Start! Haha! Mega cool! Loll! Was ist los, Gustav? Hast du Angst? Los! Keine Angst! Griefer sind nette Menschen! Keine Angst, Gustav! Mal gucken, was der Kaktus dazu sagt! Haha! Der Kaktus! Wow! Ein Kaktus! In all its glory! What do you think? Äh, wir sollten weitergehen! Das ist ziemlich spannend! Axel, das ist Wahnsinn! Das ist ziemlich spannend! Okay, das ist also sehr... Mal gucken, hier ist noch ein Banner, mal gucken, was er dazu sagt! Weil der Banner sieht auch sehr interessant aus! Sehr hübscher Banner! Wobei das ist doch so ein Banner von so einem Teil, oder? Gucken, was er dazu... Genau, das meine ich! Ja, guck mal, das leuchtet! Seit wann leuchtet das? Ich weiß, was das bedeutet! Das hattest vorher auch nur der grüne Teil! Nur der grüne Teil! Ja! Finde ich auch! Yeah! Ah! Easy does it! Easy! Mal gucken, wohin? Hier glüht's fast gar nicht! Dann, hier glüht's richtig hart! Hier ist es fast am Eskalieren! Also hier auf jeden Fall entlang! Ja, wir müssen da hoch, so wie es aussieht! Oh oh! Hinter uns ist ein Psychopath! Ah! Ein Griefer! Lol! Äh, das geht dich nichts an! Was willst du vielleicht schon? Wow! Das geht dich nichts an, junge Dame! Just leave us alone, okay? It's none of your business! Hm. I'm afraid to say that you're just making me wonder even more, what the heck is up with that thing! What's going on?! Oh Gott, noch ein Griefer! Und noch einer! Oh oh! Das, ähm... Hi! Das wollte ich nicht unbedingt, ähm... Ich, äh... Äh... Vergiss es! Wir wollten... Wir wollten... Wir sollten zusammenarbeiten... Legt euch nicht mit uns an! Äh... Legt euch nicht mit uns an! Äh... Legt euch nicht mit uns an! Ja, genau! Hihi! Ah! Oh oh! Einer Vater! Lol! Oh, mighty Magnus! I have for you this offering! Nooo! Lol! Abgezogen! Abgezogen! Lol! Hinterher! Bunch of Noobs! Oh mein Gott! Hey! Are they going the same way? They are working together! This is just how we do it in Boomtown! What? Which one took the Amulet? Hat sie das Amulet oder er? Ich weiß es nicht! Sie, glaub ich! Ähm... Er oder sie? Er oder sie? Äh... Ich bin für sie! Okidoki! 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 Lol! Ich hab doch auf sie gedrückt! Ach! Ich hab wahrscheinlich nicht schnell genug gedrückt! YOLO! Alter Vater! Hinterher dem Typen! Und nach rechts ausweichen! Nice! Und nach unten ausweichen! Ja genau! Lol! Ich hab's grad eben gesehen! Lol! Und es hat jemand anders! Wow! Hehehehe! Los! Komm hinterher! Und zack! Sidekick von oben! John Cena! Hehehe! Oh nein! Woher kommt die denn? Hat sich denn Dings nicht um sie gekümmert? Ah! Alter! Gustav! Kann man echt nie was alleine machen lassen! Hey! Did Nora come this way? Yeah! And she had the Amulet again! Oh man! Da hinten ist sie! Holt sie euch! Los Jens! No! Alter die ist echt gemein ne? Und sie macht die Eisdie! Ja genau! Obsidian! Oh nein! Oh man! Bist du dir sicher, dass wir da hoch gehen können? Okidoki! Dann versuchen wir das mal! Äh! Was?! Nein! Nein! Wir können doch auch Freunde sein! Äh! Ausweichen! Okidoki! Alter! Fahr da! Wie, wie kommt die da so schnell hoch? Alter Vater! Das ist echt gemein! Ah! Ausweichen Roman! Alter Vater! Das ist aber nicht sehr nett! Muss ich sagen! Werte damit! Los! Komm! Nicht verschnaufen! Okay! Little Amulet! Show me the way! Nein! Nun! Ich denke, die sind wir nicht da! Und! Zuschlag! Zack! Äh! Kuh! Drück Kuh Roman! Drück Kuh! Und! Ja! Komm gegen Mädchen! Musst du doch gewinnen! Oh Gott! Oh! 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 Hol dir das Amulett! Muss ich irgendwas drücken? Nein, muss ich natürlich nicht! Oh! Miss! Wir haben es verloren! Ah! Das war nicht so gut! Muss ich sagen! Ich habe mir das ehrlich gesagt! Nice! What did I tell you about Teamwork? Lol! Die sind da unten! But I'm the one who said we should work together! No you didn't! Give me that! Okay! I actually got it! Easy! Abgezogen! Oh nein! Sag mal wie viele TNT's haben die eigentlich? Und nach da! Assassin's Creed mäßig! Oh man! Oh oh! Die lägen alle! Guck mal wieso ist denn der eine so schlecht beleuchtet! Oh Gott! Oh Gott! Da hoch! Genau! Da musst du hin! Wo ist denn eigentlich? Da ist er ja! Da ist Axel! Das stimmt! Amulett geben! Amulett behalten! Amulett geben! Amulett geben! Amulett geben! Amulett geben! Komm Axel! Ich vertraue dir jetzt aber! Bitte Axel! Ich vertraue dir! Nicht verlieren! Don't worry about me! I got this! Okay! Good Axel! Oh man! Das heißt wir müssen jetzt die Groover ablenken! Oh man! Jetzt heißt es Parkour machen! Oh! Da sind Eier! Eier sind immer gut! Alter Vater! Und BAM! Oh lol! Richtig abgezogen! Zack! Und du auch noch! Und du auch noch! Und zack! Lol! Den einen haben wir gar nicht abgeschmissen! Mist! Das ist meine Chance! Okay! Das kriegen wir hin! Harte! Und genau! Jetzt! Wuuu! Alter Vater! Also Pentakill! Das ist doch cool! Also wieso ist denn die Treppe noch ganz? Das ergibt gar keinen Sinn! Da ist gerade eben TNT explodiert! Ach egal! Ich werde mich einfach mal nicht beschweren! Okay! Oh! Was macht das denn oben? Hui! Sieht sehr interessant aus! Ah! Da hinten ist Axel! Hey Axel! Und Gustavs ist auch der Hund! Axel hat ein Pfeil im Fuß! You don't need to sound so surprised! Do you have the Amulet? Oh yeah! Axel hat's! Haha! Okidoki! Alles klar Gustavs! Oh yeah! Hoch da! Ich bin auf jeden Fall bereit! Den Typen da endlich mal zu finden! Und dann müssen wir denen mal sagen was eigentlich abgeht! Und dass wir ihn brauchen! Wobei da oben wartet wahrscheinlich ein Jump and Run auf uns! So wie es aussieht! Maybe it's... I don't know... Locked or something! That's the thing people do! You important doors right? Hm... Äh... Wir haben ja eigentlich keine andere Wahl als anzuklopfen! Deswegen machen wir das wahrscheinlich mal ne? Ja! Also man könnte natürlich auch ein bisschen netter anklopfen! Aber wieso auch nicht so ne? Mit dem ganzen Faustballen! Ah! Okay! Alles in Ordnung! Sieht cool aus! Sieht auf jeden Fall sehr erfreulich und nett aus! Oh yeah! Dann mal los! Ah! Und dann ist ne Falltür! Ja okay! Gut! Oh lol! Nein! Oh oh! Oh! 100% safe Leute! 100% safe! Äh... Amulett am besten holen ne? Sieht eigentlich alles safe aus! Ist nur ein bisschen... Oh oh! Oh oh! Wir sind keine Griefer! Wir führen nichts Böses im Schilder! Wir brauchen meine Hilfe! Wir sind keine Griefer! Hey! No Griefers hier! No way! We came from way out of town to find you! Oh! Really? I mean... That guy? He's got Griefer... Axel over it! Man, du kannst dir nicht vorstellen was das für mich bedeutet! Aber er ist dein größter Fan! Er ist ganz... Er ist dein größter Fan! Ja! I mean... Not like... Biggest Fan! Hehe! Right! So tell me something not Griefers! How'd you find me? You working with someone? Or maybe you bribed another group? Ivor schickt uns! Ivor schickt uns! Der gute alter Ivor! Ivor! How in the world did you cross paths with that scam man? Falschiger 50er! This is all sounding pretty weird, dudes! Huh! Who are you really? Why are you here? I want answers! Now! Just give me straight! The world is being destroyed! You have me intrigued! Go on! There is a huge monster eating up the entire world and nothing can stop it! That's why Gabriel told us to reunite the order! Magnus, you gotta come with us! You might be the only chance we have! Give me one reason why! For even a second I should come with you! I am the ruler of this world! I am the ruler of this world! I keep the disorder! You should be a hero, Magnus! And right now... The world needs a hero! You can come with us and help stop this disaster! All this stuff you've told me... You expect me to just take your word for it? Two strangers with wild stories... And nothing to show for it! And nothing to show for it! Except an amulet... That's not theirs! Are you that paranoid? Do you really not trust anyone? That's how I've survived this long! Please trust us! Just for a minute, okay? Oh oh... Okay, okay! You sold me! No, it's going to be easy! Hehehehe... Einfach nur sagen, dass er eine Minute lang vertrauen soll und schon hat... Alter! Was hat der mit seinen Fallen, ey? Oh! But we might have a little bit of a problem getting out of here! Hehehehe... Huh? You're Magnus! You can just walk out of here! Hello! I don't know if you've looked around this place, but uh... It's kinda full of Reapers... But... That's kinda awesome, right? No... You've heard about the whole... challenging the king for his crown thing, right? It's like their thing! So long as I'm king... I can't leave this town! I know how you feel! No, you don't! Das sind wir doch nicht gewachsen! Was soll das heißen? Wir schmuggeln dich einfach raus! Wir schmuggeln dich einfach raus! They'll spot you! Look! I'm too good and they're too weak! It's like a vicious cycle that just keeps me here! Simply put! That's life! As king of Boomtown! Hehehehe! Oh oh! Lass sie doch gewinnen! Du kannst dich nicht davor verstecken! Wähle einen neuen König! Lass sie doch gewinnen! Wähle einen neuen König! Du kannst dich nicht davor verstecken! Gero! Magnus! There comes a time... Where you have to deal with your problems! You can't hide forever! Hm... Das stimmt tatsächlich! Yep! That would make a great banner! But the reality is... Until a worthy challenger beats me... I'm sorta stuck! But you... Ha! You're the newcomer with the gold amulet! By now there'll probably be all sorts of rumors about how awesome you are! If you beat me... Then I'll be able to leave! Lol! Dann sehe ich hier fest! Was... Äh... Wie soll ich dich schlagen? Das ist eine tolle Idee! Wie soll ich dich denn schlagen? I never beat you! Haha! I know, right? But that's just it! You won't have to! Oh ho 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 ho! This is gonna be good! I'm actually excited about this! But we gotta make sure it looks legit! Lol! Okay! The deathbowl has never seen the carnage that we're about to create! Okie dokie! Okie dokie! Okie dokie! Okie dokie! Das heißt wir müssen irgendwie gegen ihn gewinnen! Ah ja! Und was ist der Todeskisser? Oh oh oh! This... Is... The Deathbowl! What a fish! Wellcome ladies and gentle griefers to the Deathbowl! In one corner we have Magnus, your king of Boomtown! Prepared to defend this title and throne! Okie dokie! Welcome to the Deathbowl! The Grief off to end all Grief off! How do you wanna think this? Oka, ehm... Keine verrückte Kanonen. Ich streife dich mit Tinte. Wir werfen einfach mit Eiern. Ja! Wollen wir das so machen? Leibnist! Und du? Welchen Namen gehst du an? Äh, der Zerstörer, der Ocelot-Töter, der Hüter des Amuletts, der Ocelot-Töter! Oh yeah! Ja! Okay, das heißt, wir werfen uns jetzt mit Eiern ab. Sie haben ihre eigene Griefing-Töter, die sie dann benutzen, um sich zu griefen. Die einzige Regel ist... ...that there are no rules! Wuhuuu! Keine Augenstechen! Wuhuuu! Keine Augenstechen! Wuhuuu! Äh... Stein! Stein! Ja, Stein, ne? Äh, cool! Das heißt, wir bauen uns hier was aus, so wie es aussieht. Irgendein etwas größeres Podest. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, was ist das denn? Nicht schlecht! Ich glaube, es wird das tun. Axel, was machst du da oben da oben auf seinem Seite? Ja! Ich dachte, du könnte das aufnehmen. Es ist nur, dass Reuben wollte, deinen Körnern, und ich wollte ihn nicht schrauben oder was. Also, ich dachte, ich würde ihn von hier aufhören. Hahaha, Angsthase! Oh Gott, oh Gott! Wuhuuu! Take your best shot! Okidoki! Dann mal gucken! Erstmal den ersten Shot landen, und... ...voll daneben! Mist! Das ist nicht so gut! You grief with me, you grief with the best! Oh oh! Dann nochmal neun! Zack, bitte! Jetzt aber mehr... Ja! Nice! Das ist sogar eins gedings geschluckt! Ja! Dafür bin ich bekannt! Oh oh! Kampfansagen hier! Hihi! You are but a student! Prepare yourself! For I am here to give you your final lesson! Okidoki! Wait, 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 wait! What happened only throw eggs? Oh oh! Ja! Stimmt! Wir waren doch bei nem Plan! Nein! Nicht schießen! Aha! Ausweichen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! hat er den Showmaster, hat's voll weggehauen. Oh, oh. Oha, da beleidigt einer. Wie übelst du? Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich liebe es. Ich will es auf ein T-Shirt. Das ist ein wildes T-Shirt. Nein. Komm schon, wir müssen da auch mal schießen hier. Volle Kanone, Mann. Woo. Alter. Leute, der blockt. Oh, Leute, der hat geblockt. Alter, das war hart. Oh, oh. Wollte der nicht irgendwie verlieren oder sowas in der Art? Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Der war gut. Was ist mit dem Plan? Du hast mich fast umgebracht. Was ist mit dem Plan, Mann? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Halt dich an dem Plan. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, den gesorgt. Ja, los, komm, bau irgendein Schild oder so. Ganz viele Slimeboards oder irgendwie sowas. Was hast du denn da? Noch mehr Steine? Ja, was willst du bauen? Jesse, geh. Mal gucken. Okay, er baut eine... Ja. Eine Steinmauer mit Löchern drin. Wow. Das ist ja... Ja, das sieht man, wie gut die gehalten hat. Ah, ausweichen. Ah, ich bin nicht ausgewischt. Ja, wir müssen ausweichen. Und nach unten. Oh, oh. Oh, da ist irgendwie... Oh, Gott, oh, Gott. Roman, weich aus. Ah! Das ist ein bisschen zu viel. Oh, oh. Roman, einfach nur ausweichen. Dann hast du es doch schon fast. Oh, oh. Axel, bitte hilf uns ein bisschen. Oh, bitte, bitte. Ich kann nicht ausweichen. Es geht nicht. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Oh, oh. Das ist natürlich, ja. Alter, Vater. Gustav! Leute, Gustav, lass ihn. Leute, ein Bogen. Ja, genau, schießt es ab. Da musst du aber davor noch durch Lara wohl schießen. Oh, Gott, oh, Gott. Nein. Gustav, Axel, fang ihn bitte. I got you, I got you. Nice, Axel. Einfach am besten da renn schießen. Oh, yeah. Und nach vorne schießen. Und in Zeitlupe, wenn es geht, bitte. Dankeschön. Und warte mal, kurz zielen und... Oh, yeah. Durch, Lara, durch. Nice. Ah, Herr Vater, sieht das nice aus. Wee. Oh, Gott, oh, Gott. Aua. Haben wir ihn besiegt? Oder wie sieht es jetzt aus? Oh, da ist der Showmaster. Hi. Wir haben einen Winner. Der Ocelot-Slayer. Oh. Gewonnen. Ja, gewonnen. Dankeschön, dankeschön. Werte Damen und Herren, danke. Wer mag Explosionen? Hallo, Boomtown. Wer mag Explosionen? Oh, yeah. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, well, that's not good. Oh, 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 oh. Äh, ja, so. Ziemlich. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, es wäre an der Zeit abzuhauen. Oh, oh, oh. Äh, was müssen wir tun? Müssen wir Leute aufsammeln oder so? Was passiert? Ich habe einfach draufgedrückt. Oh, nein, ich habe die Katze nicht gesehen. Los, lauf einfach, Mann. Du kannst nicht gegen den fetten Drachengewinder. Außerdem hat er drei Köpfe. Das ist ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten sogar. Oh, oh. Hey, da sind wir ja wieder. Haben Magnus mit dabei. Und Axel währenddessen vielleicht, äh, Linda oder so hieß die, glaube ich, ne? Sich dort ein bisschen zu Hause aufhält. Geist da. Ich habe keine Allen. Bis zum nächsten Mal.